Mein Name ist Heinz Oberhummer. Ich war früher Professor für Theoretische Physik an der Technischen Universität Wien. Seit meiner Pensionierung 2006 mache ich jetzt hauptsächlich Wissenschaftskabaret. Das heißt, ich versuche den Leuten zu erzählen, wie spannend und aufregend und unterhaltsam Naturwissenschaft und Physik sein kann. Was ist Wissenschaft? Wissenschaft ist die Methode, wie man Wissen gewinnt. Und da hat die Wissenschaft etwas ganz Tolles gefunden, nämlich, dass sie alles überprüft, checkt, kritisiert. Das heißt im Englischen Peer Review System. Das heißt, jede wissenschaftliche Arbeit, die man einreicht, wird von Gutachtern überprüft, ob die wissenschaftlich eben hieb- und stichfest ist. Das heißt, die Ergebnisse, Erkenntnisse, Entdeckungen der Wissenschaft ändern sich immer. In zehn Jahren werden diese anders sein als heute und sie waren vor zehn Jahren anders. Das unterscheidet die Wissenschaft von anderen Welterklärungssystemen, wie zum Beispiel religiösen oder esoterischen Glauben, dass es immer überprüft wird. Viele Menschen glauben ja, dass der Fortschritt in der Wissenschaft hauptsächlich durch Genies wie Albert Einstein usw. geschieht. Das stimmt nicht. Das ist diese Methode, die das geschaffen hat, was wir heute vor uns haben. Zum Unterschied ist religiöser, esoterischer Glauben, was auch immer, der ist fundamentalistisch, statisch, ändert sich nicht, konservativ. Und das unterscheidet eben die Wissenschaft von Glauben. Ich gebe nur ein paar Beispiele, welchen Fortschritt uns die Wissenschaft gebracht hat. Alle die modernen Errungenschaften, wir kennen also Fernsehen, Handys, Satelliten, alles das hat die Wissenschaft gebracht. Und besonders sieht man das gut in der Medizin. Vor 150 Jahren, das ist noch nicht so lange her, war die durchschnittliche Lebenserwartung in unseren Breiten ca. 35 Jahre. Für ein Baby, das heute geboren wird, ist sie 100 Jahre. Das ist nur durch die Wissenschaft entstanden. Ich gebe Ihnen auch ein Beispiel, der Unterschied zwischen Glauben und Wissen. Samuel Hahnemann, das war der Entdecker, der Finder der Homöopathie, wo alles bis zur Unkenntlichkeit verdünnt wird und das helfen soll. Der könnte heute, er hat vor 200 Jahren gelebt, könnte heute sofort in jeder homöopathischen Praxis anfangen. Einer der berühmtesten Chirurgen war Ferdinand Zauberbruch. Der hat durch seine Methoden vielen, vielen Menschen das Leben geraten. Der hat nicht vor 200 Jahren gelebt, sondern vor 100 Jahren. Der würde man heute in keine Notfallambulanz, in keinen Operationssaal mehr lassen, weil der war total überfordert mit den Therapien, mit den Methoden, mit den neuen Maschinen. Der wäre eine Gefahr für die Patienten, weil sie eben die Wissenschaft immer weiterentwickelt hat und unser Leben leichter gemacht hat, von Unterschied vom Glauben, der hunderte Jahre, tausende Jahre immer gleich geblieben ist. Und das ist das Erfolgszept der Wissenschaft, dass man diese Kritik, diese Begutachtung, und die hat die Wissenschaft erfunden und das unterscheidet es eben von anderen Welterklärungssystemen. Also die Erkenntnisse, die wir bis jetzt gewohnt haben, ist so, dass man mit der Wissenschaft niemals alles erklären hat und nicht können. Weil je mehr Antworten, die wir bekommen von der Natur, vom Universum, umso mehr neue Fragen tun sich auf. Das heißt, die Grenze zwischen Nichtwissen und Wissen, die wird sogar immer größer wie so eine Kugel, wie so ein Ballon, den man aufbläst. Die Grenze zwischen Wissen, das ist innerhalb dieser Kugel, und Nichtwissen ist außerhalb, die wird, wenn man den natürlich aufbläst, immer größer. Also man wird nie zu einem endgültigen Antwort für alles kommen, also eine Theorie für alles, das wird es nie geben. Das kann man machen Schritte und Fortschritte, aber ganz fertig wird es meiner Meinung nach nie werden, sondern es geht immer weiter, diese Wissenschaft. Also Wissenschaft wird es immer geben, weil es ist ja so, wir können ja, die Wissenschaft ist ja auch ein Abbild des Universums auf unser Gehirn. Und unser Gehirn ist halt einmal beschränkt und das Universum ist so fantastisch, so groß, so überraschend, so aufregend, dass man das nie ganz erkennen wird können. Und das ist auch das Spannende an der Wissenschaft. Es ist ja toll, das muss man sich einmal vorstellen, das ist ja 1,3 Kilo Gehirn. Wir haben es geschafft, unser Universum bis an die Grenzen zu gehen, bis zum Urknall, im Mikrokosmos, was da passiert. Und das funktioniert, als sonst gibt es keinen Strom, keine Kamera. Das stimmt wirklich wieder mit der Wirklichkeit. Ich frage oft meine Kollegen, wenn ich etwas Neues entdeckt habe, bist du nicht überrascht, dass das so gut übereinstimmt mit dem, was es in der Natur gibt, aus was das Universum besteht, wie es entstand. Und diese 1,3 Kilo können das, also wir können ja nur einen ganz beschränkten Horizont haben, wie so einmal ist. Nein, wir können mit unserem Gehirn 1,3 Kilo durchs ganze Universum fliegen, in den Mikrokosmos, zu den Atomen. Und wir verstehen das alles. Und ich finde das so fantastisch, dass unser Gehirn das kann. Was nicht eben selbstverständlich ist, dass wir diese Fähigkeit besitzen. Und das ist etwas, auf der anderen Seite muss man sagen, das Gehirn ist auch ein großer Schummler, ein Schwindler. Und zwar deswegen, weil auf der einen Seite ist jeder von uns eine Null. Entschuldigung, es gibt 8 Milliarden Menschen. Es gibt das Universum, es ist so groß, es gibt viele, viele, wahrscheinlich außerirdische Zivilisationen. Wir sind ein winziger Teil. Auf der anderen Seite kommt sich da jeder von uns ganz wichtig vor. Ein typischer Fall von Bewusstseinsspaltung. Man kann nicht einerseits ein Nichts sein und sehr viel sein. Und das Gehirn macht es aber sehr schlau, das schummelt uns vor, dass wir wichtig sind. Weil das war ja wichtig für die Evolution, weil wenn alles gleichgültig wäre, dann wäre das nicht sehr gut gewesen für die Evolution. Es hat es also in der Evolution herausgebildet, dass uns das Gehirn beschwindeln muss und sagen muss, jeder von euch ist sehr, sehr wichtig. Obwohl das in Wirklichkeit, objektiv gesehen, rational gesehen, überhaupt nicht stimmt. Aber das ist auch ein guter Trick, den unser Gehirn auf Lager hat. Der Vorteil der Astronomen ist, Sie können ja in der Vergangenheit schauen. Das ist das Tolle, weil, nehmen wir an, ein Stern explodiert 1000 Lichtjahre entfernt, dann braucht er das Licht 1000 Jahre bis zu uns kommt. Das heißt, wir sehen den Stern nicht, wie er jetzt ist, sondern wie er vor 1000 Jahren war. Wahrscheinlich ist dort gar kein Stern mehr, weil er ja explodiert ist. Und dadurch können die Astronomen in die Vergangenheit schauen. Und zwar, das verblüffend ist, bis zum Urknall praktisch, durch die sogenannte Hintergrundstrahlung. Das ist eine Strahlung, die entstanden ist beim Urknall. Und die können wir heute noch beobachten. Die ist 13,8 Milliarden Jahre alt. So lange war das Licht unterwegs von Urknall, von der Vergangenheit bis zu uns. Und dadurch können wir auch lernen, was beim Urknall passiert ist. Und der Urknall, der erste Teil des Urknalls kommt dann noch auf einen noch höheren Zeitpunkt, ist die sogenannte Inflation. Inflation heißt ja nichts anderes als Aufblähung. Das heißt, im ersten Bruchteil einer Sekunde hat sich das Universum gewaltig aufgebläht. Inflationäre Aufblähung, nehmen wir das. Inflationäre Expansion. Und dann ist es langsam geworden. Und heute hat es nur mehr so eine Restgeschwindigkeit, kann man sagen, mit der es sich weiter ausdehnt. So, aber was war da, wie ist diese Inflation entstanden? Und da gibt es ein Feld, heißt Inflatomfeld, dass es wirklich solche Felder geben kann, wissen wir seit dem Higgs-Teilchen, das wir ja vor kurzem entdeckt haben. Auch da durchzieht das Universum ein Feld, nämlich das Higgs-Feld, dass es so etwas geben kann. Und dieses Inflatomfeld, das hat eine höhere Energie. Und an gewissen Stellen, durch quantentheoretische Fluktuationen, kann ein neues Universum entstehen, also ein sogenanntes Blasenuniversum. Und so ist auch unser Universum entstanden. Was wir gleich dazu sagen, wir wissen nicht alles. Das meiste, aus dem unser Universum besteht, nämlich 5% ist nicht normale Materie, die wir kennen, aus der wir bestehen, die Planeten, die Sterne, sondern das ist die sogenannte dunkle Energie, macht ungefähr zwei Drittel des Universums aus, dunkle Materie ungefähr ein Viertel. Und wir wissen eigentlich nicht, was das ist. Das ist peinlich für die Physiker. Woher wissen wir das dann, dass es die dunkle Materie geben muss? Nun, weil das ist ganz einfach. Die Sterne kreisen ja um Galaxien. Galaxien sind nichts anderes als Ansammlungen von Sternen und das Zentrum von Galaxien. Und wenn es die dunkle Materie nicht geben würde, die zusätzliche Schwerkraft durch die dunkle Materie, dann würden die Sterne einfach durch die Fliege auch draus fliegen. Tut es nicht. Daher muss dort etwas zusätzlich sein. Das ist nicht mehr dunkle Materie. Und die dunkle Energie, man ist draufgekommen, zu aller Verblüffung, zur Verblüffung aller, dass sich das Universum immer schnell ausdehnt. Würde man nie erwarten, weil die Sterne, die Galaxien, die ziehen sich ja durch die Schwerkraft auf. Die sollten abgebremst werden. Nein, die werden immer schneller. Und die Energie, die das bewirkt, nimmt eben dunkle Energie. Wenn ein Auto am Berg steht und das fährt bergauf, nimmt man auch an, da ist ein Motor drin, da muss eine Energie sein. Oder ich gehe auch gerne Skifahren und das ist früher, ich sitze dann auf der Hütte und auf einmal fahren auf einem Gegenhang alle Skifahrer bergauf. Wäre aber sehr verblüfft. Da muss eben die Energie sein und tatsächlich ist da drüber Energie, nämlich ein Skilift. Und genau so braucht man Energie, um das Universum zu beschleunigen gegenüber der Schwerkraft der Galaxien. Also man weiß bei Weitem nicht alles. Ich bin aber überzeugt, dass in der nächsten Generation wir auch dieses Problem lösen werden. Woraus besteht die dunkle Materie und die dunkle Energie? Gut, also wir wissen ungefähr, wie unser Universum entstanden ist. Und jetzt erzähl ich gleich über das Multiversum. Das ist einst meiner Lieblings. Ich war in Cambridge, wann war das? Ja, 2000. Da war in Chemisch, da war eine Konferenz. Und da ist auch unter anderem darum gegangen, das war also nicht nur eine Konferenz, da waren Physiker, da waren Chemiker, da waren Philosophen, Theologen, Biologen. Und wir haben damals das Thema diskutiert der sogenannten kosmischen Feinabstehung. Das ist ganz einfach eigentlich, dass die grundlegenden Kräfte der Massen von Teilchen im Universum genauso sind, dass es auch Leben geben kann. Und die Stärke zum Beispiel der Kernkraft nur um ein Prozent, anders wäre, wird es nirgendwo im Universum Leben geben. Da habe ich selber mitgearbeitet und an dieser Erkenntnis nehme, wie der Kohlenstoff in roten Riesensternen entsteht. Es ist ja so, die Elemente des Lebens, der Kohlenstoff in unserem Gewebe, das Kalzium in unserem Knochen, das Eis in unserem Blut, alle diese Elemente sind in früheren Generationen von Sternen in der Stadt. Das waren die Hexenküchen, die Koch-Töpfe, in denen die zusammengebraut werden. So, und jetzt kann man das natürlich simulieren am Computer und schauen, wie viel Kohlenstoff da entsteht. Und da habe ich für die Kernkraft, das ist einfach die Kraft, die den Atomkern zusammenhält, ein bisschen an anderen Wert reingegeben, die Stärke dieser Kraft. Und dann hat in der Simulation der Stern auf einmal praktisch keinen Kohlenstoff mehr produziert. Ich bin zuerst regelrecht erschrocken, weil ich gewusst habe, wenn das ein bisschen anders gewesen wäre, die Stärke der Kernkraft wird es uns allen nicht geben, keine Menschen, keine Tiere, kein Lebewesen im Universum, weil es keinen Kohlenstoff geben würde. Und dann, ich habe das natürlich x-mal kontrolliert, da werden Fehler gemacht. Es hat sich aber tatsächlich als richtig herausgestellt, dass die Kräfte in unserem Universum eben genauso abgeschnitten sind, dass es auch Leben geben kann. Also das ist schon etwas total verblüffend, weil kein Mensch weiß, warum die Stärke dieser Kraft eben so ist, wie sie eben genau ist in unserem Universum, weiß niemand. Und da bin ich übrigens dann auch eingeladen worden zu Theologen. Das war total spannend, weil die sind natürlich da sehr interessiert. Wie hat das gemacht? Ja, große Schöpfer natürlich. Und da haben wir da diskutiert. Und da waren wir eben auch in Cambridge bei dieser Konferenz, da war der Stephen Hawking, der Linde, der Nobelpreistag. Es war wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und damals hat es schon eine Lösungsmöglichkeit gegeben, das sogenannte Multiversum. Was spricht für dieses Multiversum? Für dieses Multiversum spricht das folgende. Das ist nicht deswegen gekommen, damit man diese Feinabstimmung erklären kann, sondern ganz aus einem anderen Grund, nämlich weil die Theorie, haben wir schon gesprochen, die Inflation, Inflationstheorie, beschreibt am besten die Beobachtungen unseres Universums. Damit kann man das am besten erklären, also die beste derzeitige Theorie zumindest. Und diese Inflation sorgt daraus, dass es Inflaton fällt. Und da können immer wieder neue Universen entstehen, Blasenuniversen nehmen. Wenn Sie sich das vorstellen, wie so ein Schaumbaut, wo immer neue Seifenblasen entstehen, und jeder dieser Seifenblasen entspricht einem eigenen Universum. Und jetzt ist noch dazukommen, die Stringtheorie. Die Stringtheorie versucht, die Theorie, die das Allergrößte beschreibt, nämlich die Relativitätstheorie, also Universum, Galaxien, zu vereinigen mit der Theorie für das Allerkleinste, der Quantentheorie. Die zu vereinigen, weil das braucht man beim Urknall. Momentan ist es ja so, wenn man immer weiter zurückgeht, wird es immer dichter. Wenn man sich immer alles enger, mehr zusammenhält, und irgendwann beim Urknall wird es dann unendlich. Es kann aber nicht eine unendliche Dichte geben. Was ist der Fehler? Der Fehler ist, die Theorie, die Relativitätstheorie, ist dort nicht mehr anwendbar. Und so unendlich wird in der Theorie es nicht mehr anwendbar. Das heißt, man muss diese Relativitätstheorie verheiraten mit der Quantentheorie. Die Theorie des Allergrößten mit der Allerkleinsten. Und das nennt man eben Quantengravitation. Und eine Methode oder eine Lösungsmöglichkeit für diese Quantengravitation ist die Stringtheorie. Es gibt noch andere. Und in dieser Stringtheorie ist es so, dass diese beiden Vereinigte werden. Und die Stringtheorie hat verblüffenderweise elf Dimensionen. Warum nicht siebzehnte Dimension oder sieben? Weil nur dann das mathematische Modell konsistent ist. Dann gibt es keine Widersprüche. Das ist ein reines theoretisches Konzept. Und wo sind aber diese elf Dimensionen? Wir kennen ja Länge, Breite, Höhe, Zeit. Wo sind die restlichen sieben? Nun, in der Stringtheorie sind die so klein, so winzig, dass man es nicht entdecken kann. Haben aber ganz eine wichtige Bedeutung, nämlich diese sogenannten eingerollten Dimensionen. bestimmen die Eigenschaften des Universums. Wie die Gene für ein Liebewesen bestimmen, wie der Mensch ausschauen, welche Stärke der Kräfte und so weiter. Alle diese Dinge werden durch diese eingerollten Dimensionen festgelegt. Die haben also schon eine Bedeutung, diese sieben kleinen, die haben die Bedeutung eben, dass sie die Eigenschaft des Universums festlegt. Und es gibt jetzt unendlich viele Universum. Laut Stringtheorie 10 hoch 500 verschiedene Lösungen, kann man sich vorstellen, wenn man elf Dimensionen hat, hat man sehr viele Lösungen. Und jedes Universum, jedes Paralleluniversum hat eben andere Eigenschaften, grundlegende Eigenschaften. Und daran kann man sich leicht vorstellen, warum die kosmologische Feinabschiedung, warum das der Fall ist. Weil dann gibt es auch Universen, wo die lebensfreundlich sind, wie unseres. Ich weiß zum Beispiel nur, dass Universen, die ähnlich sind wie unseres, ein bisschen an der Kräfte, die sind steril. Dann gibt es wieder irgendwo eins, was lebensfreundlich ist. Aber damit kann man das erklären, wenn man unendlich viele oder sehr, sehr viele Universen hat, dann gibt es sicher auch Universen, die lebensfreundlich sind, die Leben zulassen, wie eben zum Beispiel unser eigenes Universum. Also das Multiversum ist die Erklärung, für diese kosmologische Feinabschiedung. Weil sonst wäre es ja verblüffend, dass die genau zufällig die Werte haben, die sie haben, dass Leben möglich ist. Man darf ja nicht vergessen, diese Stream-Theorie hat leider noch keine einzigen experimentelle Voraussage gemacht, die man verifizieren konnte. Ist aber auch nicht verwunderlich, weil diese Stream-Theorie, diese Lösungen, viele Lösungen beschreiben ja alle Universen. Jetzt kann es nicht ein spezielles Universum beschreiben, wie unseres. Also es ist eher ein theoretisches Konzept. Eins möchte ich auch noch sagen, zum Multiversum, das ist interessant, insofern, man wird sie wahrscheinlich nie beobachten können, weil die in der eigenen Dimension sind, die haben eigentlich, da komme ich nie hin, da komme ich nie hin, weil eben die in der eigenen Welt sind. Außerdem fliegen die so schnell auseinander, die parallelen Universen, weil sie dazwischen dieses Inflatonfeld ausziehen, sodass sie nie zusammenkommen. Wie kann da, ist das noch Physik? Es gibt manche Physiker, die sagen, die sind da skeptisch, die sagen, das ist Metaphysik, habe mit Physik nichts mehr zu tun, weil man es nicht beobachten kann. Ich sage immer so, es war ja so, vor ein paar hundert Jahren, haben die Menschen auch schon angenommen, dass die Erde eine Kugel ist. Es stimmt nämlich nicht, dass die meisten Menschen damals angenommen haben, dass sie eine Scheibe, die seit der Antike, die intelligente Schicht, die gebildete Schicht hat immer angenommen, die Erde ist eine Kugel. Warum? Weil wenn ein Segelschiff gekommen ist über den Horizont, hat man zuerst den Masten gesehen und den Rumpf. Muss man annehmen, dass die Erdoberfläche gekrümmt ist, aber wenn man das fortsetzt, kommt man eben auf eine Kugel. Damals ist auch noch niemand um die Erde gesegelt oder geflogen. Trotzdem hat man das Richtige angenommen. In der Situation sind wir jetzt. Die Eigenschaften unseres Universums sagen voraus, dass es ein Multiversum geben soll, mit vielen Paralleluniversen, aber beobachtet hat man es noch nicht. Also auf wissenschaftlichen Vermutungen begründet die Annahme, sage ich immer. Also ich bin zum Unterschied von anderen, zum Beispiel von Kollegen Lesch, der Meinung, dass das nicht nur eine Fantasie ist, der Milchens, sondern es hat sich oft herausgestellt, wenn ein Modell, die Theorie so gut begründet ist, auch wenn man das noch nicht beobachtet hat, dass es richtig ist. Ein bestes Beispiel ist Albert Einstein natürlich, der die Relativitätstheorie vorausgesagt hat. Es hat sich dann hunderte Experimente hat es bis heute gegeben, auch für die Quantentheorie und alle stimmen damit. Hochpräzise überein. Ja, also für die Stringtheorie das beste Experiment zu verinvestieren, wäre, wenn die Stringtheorie rauskommt, wäre die Inflation. Diese Ausdehnung des Universums. Wenn die das beschreiben könnte, dann hätte man das wirklich geschafft, weil die Inflation, da gibt es viele Beobachtungen, dass die stimmen muss, dass sie so existieren muss. Also, zum Beispiel die Struktur des Universums, dass es so gleichmäßig ist. Viele, viele Dinge, Beobachtungen gibt es dort, die man auch wirklich findet und dann die Inflation vorausgibt. Dann hätten wir gewonnen, insofern, weil eben die Inflation vorausschibt, dann hätten wir auch einen Hinweis, dass die Stringtheorie richtig ist. Ich kann das jetzt nicht sagen, ich kann es nicht beobachten, aber ich bin zutiefst überzeugt, dass dieses Multiversum-Konzept richtig ist. Es ist interessant, in den angelsächsischen Räumen, da ist man viel unbefangener. Bei uns ist man da etwas kritischer, dass man nicht beobachten kann, das gehört nicht zur Physik oder kein Experiment machen kann, das ist nur Theorie. Aber wenn es so viele Hinweise darauf gibt, auch wenn es noch nicht beobachtet ist, bin ich trotzdem bei Meinung, dass man das sozusagen zur Physik zielen soll und nicht zur Metaphysik. Es ist ja immer die Gefahr, dass man da sagt, das ist esoterisch, das Glauben, das hat damit nichts mehr zu tun. Aber in dem Fall, glaube ich, ist das schon gerechtfertigt, dass man die Stringtheorie ernst nimmt. Aber es ist eine einfache Erklärung, natürlich. Es ist das einfachste Erklärung, es gibt etwas Höheres, das Ansatz. Die Quantengravitation ist so kompliziert, dass das vielleicht 100 Physiker auf der ganzen Welt verstehen und kapieren. Und bis man da an die Forschungsfront kommt, muss man Jahre um nicht zu sagen Jahrzehnte sich einlesen und sich damit beschäftigen. Also das ist echt logisch. Religion ist das einfachste, das einfachste Erklärung. Aber dann ist eben wie gesagt dieses große Problem, wer hat Gott geschaffen, also wenn man sagt, Gott ist die Erklärung für die Welt, dann muss man ja sagen, wer hat denn Gott dann geschaffen und den Gott des Gottes und da kommt man so ein unendliche Frage-Antwort-Spirale ein, das löst eigentlich gar nichts. Und dann, aber die Dialogen sagen ja dann, oder manche Dialogen sagen dann, dass Gott sich selbst erschaffen hat. Aber das kann das Universum auch. Ein Universum kann entstehen aus dem Nichts. Weil es ist ja so in unserem Universum, mathematisch kann man sich nichts vorstellen. Da ist halt wirklich gar nichts. Aber realisiert ist das nirgendwo in unserem Universum, weil es immer Quantenfluktuationen gibt. Es gibt nicht nichts in unserem Kopf, okay. Aber in der Wirklichkeit gibt es. Es ist immer so ein Quantenfluktuationen, wie so ein See, wo immer Teilchen entstehen und wieder vergehen. Das ist das physikalische Vakuum. Das gibt es. Aber mathematische gibt es nicht. Und auch so einen physikalischen Vakuum in so Quantenfluktuationen, können wir auch immer neue Universen entstehen. Also das ist dann etwas, weil es ist oft die Frage, warum gibt es etwas und nicht nichts. Es gibt wirklich nichts, es gibt es nicht, gar nichts. Es gibt Quantenfluktuationen, da kann immer was entstehen. Das hat es immer schon gegeben und das wird es immer geben. Und da kann man Experimente machen, das gibt es halt. Also das ist etwas nichts, das reine Nichts, das ist in unserem Hirn, kann man wundern, Mathematik können, Mathematik können, aber realisiert ist im Universum nichts. Und daher, wenn es nicht realisiert ist, dann brauche ich es gar nicht berücksichtigen, genauso nicht wie ein 100-dimensionales Universum berücksichtigen. Musswert ist, gibt es nicht. Kann man ausdenken, können die Mathematiker sogar die Kugelfläche ausreiten, Kugelvolumen, kein Problem, nur realisiert im Universum ist es nichts. Also die Mathematik ist ja nur eine Methode, um die Natur zu beschreiben. Dass die so fantastisch und genau passt auf unser Universum, ist eher verblüffend. Ist so, weiß man, weil unsere mathematischen Berechnungen in der Quantentriebe bis auf 14 Stellen, genau übereinstimmt, was vorausgesagt wird, mit den Beobachtungen. Es stimmt, aber es ist schon verblüffend. So, und jetzt kann man aber natürlich sagen, gibt es nicht andere Methoden oder Möglichkeiten, um die Natur zu beschreiben. Also, zum Beispiel Glauben. Beschöpfung ist eine Beschreibung der Natur, gibt es aber natürlich ist interessanterweise die mathematische Methode so haushoch überlegen, weil sie genau beschreiben kann, wie groß, wann, wie, quantitativ, was passiert. Es ist eine Geschichte, nicht da, sondern es stimmt tatsächlich, und das kann man tagtäglich beobachten, sonst wird die Filmkamera nicht funktionieren. Die Quantere ist sowas von unanschaulich, also dass ein Elektron ein Teilchen und eine Welle ist, kann sich nicht einmal einen Nobelpreis vorstellen. Aber es funktioniert, weil wenn die Quantere nicht stimmt, wird nichts da rundherum, das wir da haben, möglich sein. und das ist die Methode, die mathematische Methode, die sich erwiesen hat, am besten erwiesen hat, um die Natur zu beschreiben. Fantastisch, ist aber nicht selbstverständlich. Es ist so, sind wir froh, das hat uns diesen großen Fortschritt gebracht, dass die Mathematik die Natur so gut beschreiben kann. Es ist aber so, es ist ja eines der tollsten Leistungen in Mathematik, nämlich wenn ein Kind 2 plus 2, 3, 4 Jahre macht es, 2 plus 2 ist 4. Nicht 2 Autos plus 2 Autos ist 4 Autos, das ist leicht, oder 2 Äpfel plus 2 Äpfel plus 4, sondern abstrakt 2 plus 2, die Zahl 2 gibt es im ganzen Universum, nicht nur da drinnen, und 2 plus 2 ist 4, erst recht nicht. Und das ist natürlich abstrahierend und das hat schon auch in der Menschheitsgeschichte einen Sinn gehabt, weil der Urmensch gestanden ist und man hat nur gesehen, hinterm Busch und den Schwanz vom Tiger, Schäbelzahntiger, dann war es gut, dass man abstrahiert hat, dass vorn noch ein Gebiss da ist. Hat geholfen, also diese Abstraktion, und das hat eben der Mensch immer weiterentwickelt, bis zu Dingen, Räumen, die man sich gar nicht vorstellen kann, die aber Teile der Mathe, Großteile der Mathematik braucht, lasst sich nicht auf die Natur anwenden, oder ist irrelevant, ist nicht von Bedeutung, aber der, der sich anwenden lässt, das beschreibt das so fantastisch, dass man eben sagt, das ist die Sprache der Naturwissenschaften, was natürlich trinkt, ohne Mathematik gäbe es keine Naturwissenschaften, man könnte natürlich schon beobachten und das irgendwie beschreibend darstellen, haben wir ja auch gemacht, aber den großen Fortschritt in der Naturwissenschaften ist schon der Mathematik zu verdanken. Ich sage immer zu meinen theoretischen Physiker-Kollegen, die was alles Tolles entdeckt haben, seid ihr nicht verblüfft, dass das mit der Natur immer einstimmt? Und sie sagen, na ja, eigentlich nicht, das ist so super, aber es ist nicht selbstverständlich, dass alles, was wir uns in unseren Hirn ausdenken, so gut passt auf die Vorgänge in der Natur. Die beste Frage, die man sich in diese Richtung stellen kann, nämlich wie Information und Materie zusammenpasst. Würde es Information geben ohne Menschen? Würde es Universum, würde es Gesetze geben? Naturgesetze? Nein, würde es nicht geben. Naturgesetze sind von Menschen gemacht. Es gibt keine Differenzialgleichung im Universum, das gibt es, das gibt es nur da drinnen. Das heißt, die Information ist da drinnen und nicht da draußen, das Universum macht was will, wir interpretiert das mathematisch sehr erfolgreich, aber in der Natur gibt es keine Information. Bin ich aber auch, der Anton Zeilinger zum Beispiel, der behauptet Gegenteil, die Grundlage ist die Information und die Materie richtet sich heute nach. Ich sage, es gibt die Materie, ich bin in diesem Sinne Materialist, und wir beschreiben das nur durch Informationstransformationen, Mathematik und das gelingt und sehr, sehr gut, aber ich glaube nicht, dass es da draußen jetzt Information gibt in diesem Sinne. Das ist ein menschliches Wort, Information ist ein menschliches Wort. Also gut, man kann sagen, das Elektron hat positiv geladen, sehr negativ geladen, oder was immer, und das ist eine Symmetrie, aber das ist alles nur da drinnen. Das Elektron ist ein Elektron, mit seinen Eigenschaften, aber Gesetze, Naturgesetze, Schwerkraft, die sind von Menschen gemacht, Gesetz ist von Menschen gemacht, nur in der Natur ist es eben so, dass die Gesetze wirklich strikt sind, bei Steuergesetze ist man nicht so, da schummelt man ein bisschen manchmal, also bei juristischen Gesetzen, aber die Naturgesetze, die gelten immer und überall. Ja, Kausalität, es muss ja nicht Kausal sein, es gibt ja hypothetische Teilchen, die Dachionen, die angeblich, hat man noch nie gefunden, aber in der Relativitätstorys sind es eine Lösung, und diese Dachionen, die bewegen sich auch von der Zukunft in die Vergangenheit, das heißt, man hat schon die Antwort, bevor man die Botschaft weggeschickt hat, das ist nicht Kausal, aber es ist theoretisch möglich, das heißt, das sind alles nur Konzepte in unserem Hirn, und warum Kausalität, weil das auf unser Universum passt, das ist überhaupt kein Problem, weil sich das erfolgreich herausgestellt hat, in der Beschreibung der Natur, aber es muss nicht so sein, es ist, man könnte sich auch was anderes, also man kann sich was anderes ausdenken, also Zeitumkehr, kann man, in der Quantentheorie kann man das machen, Zeit durch die, dass die Zeit nicht von der Vergangenheit in die Zukunft läuft, sondern verkehrt, ist nicht verboten, nur realisiert im Universum ist nicht, aber das sind alles menschliche Konzepte, die eben angewandt werden, weil sie aufs Universum passen. Warum ist für uns die Quantentheorie nicht anschaulich? Wir haben nie in der Evolution Stund gehabt mit, wir waren nie auf einem Atom, in der kleinen Welt. Ein Lebewesen, das auf einem Dom wohnen würde, sich entwickelt hätte, für die würde ich sagen, die Menschen sind schon komisch, für die ist es nicht anschaulich, dass ein Elektronerteilchen unter der Welt ist. Unser Gehirn hat sich so angepasst, optimal an die Umwelt, dass ein möglichst gut zurechtkommt, das ist ja der Sinn in der Evolution, dass man möglichst gut mit der Umwelt zurechtkommt. Und da ist wichtig, dass man ein möglichst getreues Abbild der Umwelt hat, was anschaulich ist. Und wenn man das nie erlebt hat, Quantentheorie, das spielt ja keine Rolle in unserem Alltagsleben, hat nie eine Rolle gespielt, jetzt schon, weil es eine Technik gibt. Wenn das keine Rolle spielt, dann ist uns das unanschaulich. Das ist nichts Schlimmes. Ich kann mir das nicht vorstellen, sagen viele Leute, dass ein Teilchen gleichzeitig durch zwei Spate gehen kann. Auch einem Nobelleister kann sich das nicht vorstellen. Man gewohnt sich damit der Zeit, dass das halt so ist, aber es ist nicht anschaulich, weil diese Welt nie von Bedeutung war von uns. Und damit ist es für uns unanschaulich, aber es ist trotzdem eine Realität. Das muss man sich mal vorstellen, das Gehirn beginnt sich selbst zu untersuchen. Die ganzen Gehirnscans und was es da alles gibt. Also das finde ich total fantastisch. Was mache ich, was macht mein Bewusstsein? Forsche ich jetzt selber heraus, mich selbst zu untersuchen? Und ich werde heute zu der Hirnforschung studieren oder meinen Kindern das anraten, weil das ist noch viel verdammt. Irgendwo ist man auch schon so weit, dass man viele der Dinge, was das Gehirn macht, was sagt, das ist der Geist und das Bewusstsein, das ist überhaupt nichts Geheimnisvolles mehr. Das kann man mit Gehirnscans nachvollziehen. Man kann eine Elektrode reinstecken in ein gewisses Zentrum und dann lacht der Mensch unbegründet. Ha, ha, ha. Und wenn man ein bisschen anstrumpelt, also das ist echt, das manipuliert an sich selbst herum jetzt schon das Gehirn. Es gibt das Bewusstsein oder irgendeine Gehirnfunktion, die jetzt ganz fantastisch ist und das gibt es schon so eine Selbstreferenz, also dass ich selbst beschreiben kann. Natürlich wieder mit den Methoden des Gehirns. Ja, also die großen Zukunftsfragensphysik sind natürlich vor allem das Problemlösung, was ist dunkle Materie und was ist dunkle Energie. Das ist eines der größten Probleme, weil wie gesagt, der meiste Stoff, aus dem unser Universum besteht, wissen wir nicht, was das genau ist, was das überhaupt ist. Bei der dunklen Materie hat man eine Ahnung, das könnten irgendwelche Teilchen sein, bei der dunklen Energie ist man ratlos. Man hat keine physikalische Erklärung, was diese dunkle Energie ist, sein könnte. Je mehr Antworten wir bekommen, umso mehr neue Fragen tun sich auch auf. Und das wird immer so bleiben, damit wir der Wissenschaft nie arbeitslos sind. Es wird immer neue Fragen geben zu unserem Universum, zur Natur, die wir erforschen können. Aber es ist auch ein Fortschritt. Wir wissen immer mehr. Das ist auch der Fall. Wir wissen nicht weniger in der Wissenschaft, sondern wir wissen immer mehr. Wir wissen es immer genauer, und wir wissen es immer besser. Das ist das Tolle an der Wissenschaft, dass es immer fortschreitet, dass es kaum Rückschläge gibt. Es gibt natürlich auch in der Wissenschaft etwas, was wissenschaftlich nicht hiebschie und stichfest ist. Es gibt sogar Betrug in der Wissenschaft. Aber es wird alles schnell mit dieser Methode des Überprüfens, des kritischen Nachfragens, das wird ziemlich schnell ausgemerzt. Also das ist das Tolle an der Wissenschaft, dass es immer noch vorwärts schreitet und kaum Rückschritte geben wird. Und wenn man sich vorstellt, wie groß unser Universum ist, also allein die Sterne in unserem Universum sind 10 hoch 22 Sterne, also eins mit 22 Nullen dahinter, kann man sich jetzt aber gar nichts vorstellen. Aber unser Professor hat einmal erzählt, es gibt so viele Sandkörner auf der Erde, auf den Stränden der Erde, wie es Sterne gibt. Und da man damals denkt, wir sind ja immer da gefahren an die Adria, das ist ein Drogen, das gibt es nicht, dass es so viele Sterne gibt. Also wenn man rechnet, kann man leicht ausrechnen, 10 Meter in der Strandbreite, eine Meter Tiefe und hunderttausende Kilometer Länge der Strände. Und jeder Stern entspricht, oder jedes Sandkörner entspricht einen einzigen Stern. Und wir wissen auch, wo die Sterne sind, wie es aufgebaut sind, wie es alt sind, wie es zusammengesehen ist. Von all diesen Sternen wissen wir, wie Sandkörner auf allen Stränden der Erde. Und das sieht man, wie großartig, fantastisch, riesig das Universum ist. Und wir können das auch noch erkennen mit unserem Gehirn. Und da fliegt es fast immer aus, weil man könnte bis an die Decke springen, wie fantastisch das Universum ist. Und dass wir das alles auch wissen können. Und dass wir jetzt da dabei sind, die letzten Fragen, momentan, muss man sagen, zu beantworten. Also das ist was, was mich so begeistert. Und auch nicht nur mich, viele andere Menschen. Man muss den Leuten jetzt sehen, wie spannend und aufregend das ist. Und das ist ja auch nicht so begeistert. Und das ist ja auch nicht so begeistert. Und das ist ja auch nicht so begeistert. Vielen Dank. Vielen Dank.